diese junge dame wird uns in dieser reihe beschäftigen von anfang an die spielweise und skillung eines jägers hier ist der obermauer der alte sagt herzlich willkommen bei holz und tv wir können reiten ich habe mit diesem bär rausgesucht weil die tiere die fraktions eigene tiere sind mir zu wackelig diesen rektor wäre das gleiche wie dieser falkenschreiter beim beim blutelfen das ist mir also zu wackelig deswegen habe ich mir hier diesen soliden bären aus meiner liste ausgesucht wir waren wir waren eben beim lehrer so haben hier bis level 21 schließlich 20 alles gelernt also immer alles immer alles mitnehmen ob das brauchst oder nicht das ist später eine andere sache jeder hat eine andere spielweise aber wenn du sie dann brauchen würdest hast du nicht immer so unbedingt die zeit oder möglichkeit um lehrer zu rennen so frisch dazu gekommen sind seit dem letzten mal dieser aspekt der wiper aspekt der wiper brischt unseren als jäger unseren mann arbeiten auf sollte es benutzen immer wenn du dich im kampf bist und du hast dort ist dann keine bis auf jeden fall die deutlich weniger manner probleme haben auch in höheren leveln im kampf natürlich immer wieder nicht vergessen dann umschalten auf den aspekt des falken beim aspekt aspekt des falken haben wir die stupe 2 gelernt der macht uns jetzt 15 mehr angriffskraft gegenüber der stupe 1 die vorher hatten wir haben aber noch gelernt wir haben wir die eisgeltefall haben gelernt ist also auch eine örtliche falle ja so die kannst du so legen und kann es sich zurückziehen sehr gut für türrahmen etc geeignet der erste der durch wird eingefroren gegner natürlich nur gegner und die anderen die danach kommen werden etwas verlangsamt ich habe die der rückzug soll ja da nicht hin da habe ich ja sowieso nicht nenne so ja der rückzug den haben wir auch gelernt rückzug ist aber mit mit vorsicht genießen muss ich aus eigener erfahrung weil ich bin schon früher früher als man doch unwissend war öfter mal durch diesen rückzug gestorben man soll nicht vergessen und nicht benutzen wenn man mit dem rücken im abgrund steht das ende dann doch tödlich was man ja eigentlich mit mit diesem mit dieser aktion verhindern möchte also immer immer gucken wo du bist es ist ja nicht nicht wie beim nicht wie beim maria dass das sprinten dass du vorwärts katapultiert wirst du springst rückwärts sozusagen ja die eisgeltefalle den rückzug dann hast du mehrfachschuss dem wertschuss ich hatte mal kleine kleine gruppen von gegnern mit bekämpfen allerdings in inis sehr vorsichtig mit diesem mit diesem mit diesem schuss umgehen sonst größte besuch und leuten die du gar nicht kennen wolltest und und ärger mit damit eine gruppe wenn da zu viel besuch kommt und gewollter der akade schuss wurde verbessert auf dem rang und rang höher zwei auf drei der schlange bis ebenso was ich dir noch zeigen wollte ist hier dieses mal wir gehen mal nochmal damit noch mal noch mal richtig haben wir jetzt kein 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 gegner doch da ist doch einer so so ich drücke jetzt also nur die 1 ich habe mir das makro auf die 1 gelegt mehr mache ich nicht das recht der rest kommt durch das makro macht also das mal des jägers auf das auf den gegner und schickt das tier los und danach kommt das tier direkt zurück so das ist jetzt das was sie gesehen hast das ist das was das makro macht natürlich nicht aber ja schon am anfang gesagt weil wir keinen anspruch drauf haben dann hätten wir wenigstens einmal anschießen müssen aber ich wollte ja nur die wirkungsweise des makros erklären das makro selber sieht so aus weil die schreibweise ist wichtig muss genauso geschrieben werden wie es da steht also kasten mal des jägers keine zeichen runde klammer ein leerzeichen rang leerzeichen 1 in dem fall runde klammer ein leerzeichen und den rest selber hier kein leerzeichen eckige klammer ich mache es gleich noch mal größer dass das wirklich ganz genau so könnte mit pause dann abschreiben so und hat gesehen das funktioniert ich habe das mal des jägers natürlich wir auch für ihn ist dann doch mal separat nutzbar hier was wenn es bei einem hast dann funktioniert das gut siehst du das so so dann in die leiste so nicht so sonst hast du es einmal drin und wenn du dann auslöst ist es weg also hier unten nehmen und daraus in deine leiste ziehen dass du dahin wenn du dann dann mal den rang deines mal des jägers änderst musst du diese zahl in die 1 muss dann in der 1 2 et cetera und immer geändert werden und dann speichern speichern auch nicht vergessen sonst würde der ja immer nur den rang 1 auf den rang 1 das mal des jägers zugreifen und dann machst du ja weniger schaden als du denkst das was schönes makro das funktioniert aber es macht ihr sonst keinen schaden also das nicht vergessen mit erhöhen in dem moment wo das mal des jägers höchst musst du auch die am makro im makro im makro höher machen so ihr kommt so kommt zum makro spielmenü makros ich habe es jetzt hier gespeichert das sind ja natürlich bei dir kannst du auch so machen machst du es so neu neu dann so ja hier gibst du den namen von dem makro ein dann kommt hier unten kannst du ok drücken und dann kassiert hier den text eingeben die punkte die punkte die woche geben haben jetzt erst mal wichtig mit level 20 zwei hier wegen der höheren gesundheit bei den tödlichen schüssen fünf hier erst mal zwei bei den tödbringenden schüssen einmal des verbesserten mal des jägers auch zwei bei überleben haben wir nichts da kommt später hier noch was sein um die reich unsere reichweite unsere schüsse zu erhöhen denn habt ihr am anfang habe ich schon versucht zu verdeutlichen je mehr abstand zum gegen hast umso er kann man außer gefecht gesetzt werden das war's dann schon wieder ich melde mich mit level 30 wieder dankeschön fürs zuschauen bleibt gesund habt viel spaß und ich hoffe ich konnte der jasa und vielleicht auch einigen anderen helfen macht mir auf jeden fall sehr viel spaß ist immer ganz neue herausforderung so erst mal tschüss so 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 so